Hochwertige und chancengerechte Bildung für eine nachhaltige Entwicklung weltweit startet bei der Berufsorientierung junger Menschen. Die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales hat 2018 die Berliner Ausbildungsinitiative Seidual ins Leben gerufen, um den Ausbildungsmarkt in der eigenen Hauptstadt nachhaltig zu fördern. Seidual bietet ein intermediales Angebot zur Berufsorientierung junger Menschen. Unser Herzstück ist die Online-Plattform Seidual.berlin. Schüler und Schülerinnen können sich über Ausbildungsangebote informieren und direkt bei Unternehmen bewerben. Doch Seidual ist mehr als eine Stellenbörse. Auf der berlinweiten Veranstaltung Seidual, das Event, bieten wir Berufsorientierung zum Anfassen. Schüler und Schülerinnen sind selbst aktiv und können sich in typischen Tätigkeiten verschiedener Berufe ausprobieren. Durch die enge Zusammenarbeit mit Unternehmen, Verbänden, Innungen, Lehrkräften und Erziehungsberechtigten erreichen wir hochwertige Bildung im Bereich der Berufsorientierung. Wir bieten unsere Formate zusätzlich digital an, um Interessierte über räumliche Grenzen hinweg zu erreichen. Unsere derzeitige Mission Seidual, die E-Learning-Plattform als spielerischen Einstieg in die Berufsorientierung am Computer oder Handy. Seidual, das virtuelle Event, feierte im November 2020 Premiere. Livestreams und Videos geben berufliche Einblicke von zu Hause oder dem Klassenzimmer aus. Wir setzen uns außerdem entschlossen für Geschlechter und Chancengleichheit in der Berufsbildung ein. Schüler und Schülerinnen werden bewusst für Berufe begeistert, die gesellschaftlich immer noch dem jeweils anderen Geschlecht zugeschrieben werden. Wir kooperieren mit Bildungseinrichtungen, die sich für besondere Gruppen wie Grundschulkinder oder Immigranten und Immigrantinnen einsetzen. Und wir gestalten unsere Formate barrierefrei, indem wir beispielsweise Filmmaterial untertiteln. Aktuell arbeiten wir an einer Landingpage für Eltern, die wir in verschiedenen Sprachen übersetzen werden. Indem wir gezielt kleinste, kleine und mittlere Unternehmen in der Hauptstadt unterstützen, fördern wir insgesamt ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum in der Hauptstadt. Und damit nicht genug. Seidual blickt über den Berliner Tellerrand. Wir erweitern unser Angebot und möchten künftig Unternehmen und Lehrkräfte über den europäischen Austausch zwischen Auszubildenden informieren. Berufsorientierung mit Seidual. Intermedial, integrativ, nachhaltig.